Wie ist die erste Ausgabe des FIFA 14 Pack Openings? Ja ihr seht schon im Hintergrund da ist jetzt ein anderer anderes Team ein anderer Account nämlich Pack Shenzhen weil ich es mal ausprobieren möchte wie es ist wenn man mit einer Nullerbilanz Pack Shenzhen Und auch Entschuldigung dass der In-Game Sound jetzt nicht mehr aktiviert ist Heißt bei dem Account weil ich da noch nicht alles eingestellt habe da war ich zu faul für So hier das Team der Woche Ja natürlich ich finde es schon ganz okay also geil ist es jetzt nicht so wie die Letzten aber Ja Wetzi, Didier Drott Barhuntela Schon ganz cooles Pack eigentlich äh Pack Team der Woche äh Also aus der Bundesliga nur Bernd Leno und Klaas Jan Huntela Der Hunter von Schalke Und ja ihr seht 31.000 Münzen sind es nicht so viel aber ja ich wollte mal endlich wieder Pack Shenzhen Und das mache ich dann auch jetzt Ähm So Was ist denn das? Was ist da drin? Nichts ideal? Ach na na Da habe ich hier nur ein Pack Ist auch wenn blöd Ne mach mal nicht So Erstes Premium Gold Set Vidal ist drauf Erstes Premium Gold Set Auf diesem Account Mal schauen mal schauen was drin ist Interessiert mich sehr ich schaue hin Oskar Oskar und Ferdinand Das fängt schon mal gut an oder? Das fängt doch schon mal gut an Das ist gut Ja ok die sind jetzt so gebrauchen Das ist doch mal cool Oskar und Ferdinand Finanzen sind es zu viel wert Wie viel ist gleich wert Oskar? Noch nie gezogen Noch nie gezogen Jo Hier 5.000 Guter Anfang Also gutes erstes Pack hier Muss man schon sagen Das tun wir auch noch auf die Sonst wird man nicht verkauft bekommen Ähm Alles auf die Transferliste Außer was man schnell verkauft Okay Alles schnell verkaufen Erstes Pack schon richtig richtig geil finde ich Also Für das Packlack was ich besitze Messi drauf Messi drin Messi drauf Messi drin Na Das wär Der Wahnsinn Was ist drin Was ist drin Caroll Na ja Na ja Na ja Na ja Was ist das Haha Ähm Ja Carini Ähm Jetzt Nix wert Es ist der Caroll Er ist auch nix wert Eliseo Der könnte was wert sein Weil er 89 Pace hat für einen Verteidiger Ähm Ähm Das wird wieder alles auf die Transferliste Was sind das für Trikots? Nix Abstoßen Sooo Nächstes Pack Na ja Mit dem drauf hat mir noch nie was gebracht Falcao Da hab ich überhaupt Pech bei ihm Ach Das geht doch nicht Das Wollt ihr mich verarschen? So El-Sharavi drauf El-Shar-Sharin Höh El-Shar-Wahri Hoffentlich nicht drin Es soll kommen Info mir auch mal wieder geil Ich hab ja Rafa Schäfer gezogen Ich hab das richtig gefeiert Er ist drin Patrick Ebert Bin ich im Team Fitness Ach Schade 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 Team Fitness Der War mit Vidal Und mal schauen was jetzt ist Mal schauen wer drin ist Mal schauen wer drin ist Das würd mich sehr interessieren Hoffen wir mal irgendwas geniales Maxes So Ich wund Maxes Und Helden, ja, zwei Rare-Spieler, der ist ein Expert, der wahrscheinlich auch nicht. Das Back ist okay, sag mal so, das kriegt man auch nicht weg. Okay, abstoßen, so, was machen wir mal jetzt? Jetzt mache ich einen kleinen Break, denn ich verkaufe schon meine Spieler, oder mache ich das jetzt nicht, ich mache einen kleinen Break, bis ich die ganzen Spieler jetzt verkauft habe. Weil halt die ganzen Spieler und die ganzen Sachen, die dahin sind, dass ich mit noch ein Pack öffnen kann, also bis gleich, ne? Tschö, äh, nicht tschö, also bis gleich. So, ja, hier ist immer wieder, und ihr seht schon im Hintergrund, ich habe sehr viel verkauft, oder nicht sehr viel, ich habe viel verkauft, 14 KM haben wir da. Äh, äh, der Oskar ist für 3-7 gegangen, dass er schnell weg geht. So, also wir können noch gut zwei Packs öffnen. Äh, gut, ja, so. Mal schauen, wie jetzt die schwarze Karte dabei ist. El-Shawari, ich bin da nicht El-Shawari, El-Shawari, irgendwas drauf, wer ist drin? Ich schließe diesmal die Augen. Ist es schon fertig? Ich weiß nicht, ist es fertig. Mal die Augen aufmachen. Ja. Ähm. Ja. Mal schnell die Münzen rein, und dass ich noch ein Pack öffnen kann. Ähm, schön, die Verträge, da habe ich keine Ahnung, muss ich mir nochmal ran schauen, was ich dafür krieg. Dafür nix, das geht auch für 200 schnell weg. Das bringt nichts, bringt nichts. Das ist ein Mann. Nein, der Restverlust ist voll, das gibt es doch nicht. Nicht dein Ernst. Schnell. Nein, nicht aussortieren, willst du noch ein Verein? Ist, na, jetzt habe ich ja das einen Verein. Man. Ist das blöd. Entschuldigung für die Unterbrechung, keine Ahnung, wie ich es nennen möchte. Dies, das. Schnell mal ein paar. Ach, nöschön. So ein Pack öffne ich noch, so, das müsste jetzt bereichen, ein Pack wird noch geöffnet, mein Verein, was wollte ich noch verkaufen, nur ein Spieler, na, den wollte ich schnell verkaufen, so, mal noch so ein, äh, Verbrauchersobjekt, ja genau, wie viel ist der Wert, gibt es irgendwo ein Gebot, 700, wow, sie wollen los, wenn wir 1.000 sofort kaufen, wir können jetzt das Pack öffnen, wir haben ja genau genug Münzen, so, Shop, letztes Pack, letztes Gold Set, Messi drauf, Messi drin, so einfach ist es, oder? So einfach kann es gehen, so einfach läuft es, schauen wir mal hin, was ist drin, 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 Nur, scheiß Dreck, ja das war's, mit, äh, dieser Folge, ich hoffe sie hat euch gefallen, wenn ihr einen lasten Daumen, nach oben, da, und, ja, so, dass man alles davon verkaufen kann, und, ähm, ich hoffe dieses Video hat euch gefallen, ja, habe ich schon gesagt, also, servus, macht's gut, und, äh, äh, tschau!